Am vorigen Samstag war am Christian-Liedrich-Grabbe-Gymnasium in Detmold mal wieder der Tag der offenen Tür. Interaktiv und im Austausch mit Lehrern und Schülern der Schule wurde sowohl der Unterrichtsalltag als auch das außerschulische Angebot vermittelt. Doch warum sollte man sich für das Grabbe-Gymnasium entscheiden? Das haben wir auch unseren stellvertretenden Schulleiter Hein Hüls gefragt. Und was wir vermitteln wollen, ist vor allen Dingen, dass alle, die hier zur Schule kommen, wissen, dass wir eine tolle Schulgemeinschaft haben und dass wir ganz viele Potenziale fördern, eben in unseren Profilen, aber auch sonst. Und das, glaube ich, ist eine große Stärke, dass wir nicht so eine 0815-Schule sind, sondern ganz, ganz viele Stärken haben. Eine Schulgemeinschaft also. Diese zeigt sich auch durch die Organisation der Veranstaltung selbst. Alle Lehrer waren für Fragen offen und es wurden Führungen durch die Schule und durch die Mensa angeboten. Neben dem gut verständlichen Veranstaltungsplan konnten auch die Gestaltung der Stände sowie die Einrichtungen des Neubaufoyers überzeugen. Hier konnte man sich nämlich bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen auf den nächsten Programmpunkt vorbereiten. Auch bei Wegschwierigkeiten wurde einem schnell auf die Sprünge geholfen. In der alten Aula wurde eines der Profilfächer präsentiert, der Sport. Doch was gab es hier zu sehen? Wir machen hier, wenn man so schön sieht, einen aktiven Fitness-Prancours, Sport für jedermann. Man sieht es meistens wie Kinder beschäftigt, die haben eigentlich auch alle angesprochen. Einfach nur, um so ein bisschen, ja, so ein bisschen so Lust auf Sport zu machen. Einfach mal auszutesten sich wieder, weil man vielleicht schon lange nichts vorgemacht hat. Und einfach so ein bisschen so eine Aktivität, um gut als Sport zu viel, dass wir Schule auch sozusagen hier zu repräsentieren. An verschiedenen Stationen konnten sich sowohl Eltern als auch Schüler beweisen. Hierbei stand jedoch der Spaß im Vordergrund. Die Lehrer standen den Sportlern dabei immer zur Seite. Und dass jetzt auf jeden Fall schon mal hier diese Brüge mehr oder weniger voll ist, das finde ich total gut. Und das ist eine gute Stimmung. Und dann ist es doch schön, um die Kinder zu merken, wir haben sich was überlegt. Und das wird auch angenommen. Das ist super. In den Kunsträumen dagegen wurden ausgewählte Werke verschiedener Stufen ausgestellt. Die Eltern hatten dabei die Möglichkeit, Fragen an die Lehrer zu stellen, während die angehenden Schülerinnen und Schüler unter Anleitung ihre ersten Zeichnungen fertigstellten. Doch woher kommen die Comics, die an den Wänden hängen? Fragten manche Schüler. Es ist quasi so wie die konventionelle Zeichnung, nur dass du es auf dem System machst mit einem Grafiktablett. Diese Technik wird für Interessierte in der Comic AG am Grabe-Gymnasium angeboten. Im Musikunterricht wurde zunächst mit der obligatorischen Begrüßung begonnen. Danach konnten sich die Gäste anschauen, was sie im Schulalltag erwarten würde. Hierbei kam unter anderem der Overhead-Projektor, kurz OHP, zum Einsatz, der auch sonst häufig verwendet wird. Wie zu erwarten, wurde im Unterricht auch viel gesungen. Auch wenn die Naturwissenschaft nicht zu den Profilfächern des Grabe-Gymnasiums gehört, spielt sie im Alltagsleben der Schülerinnen und Schüler doch eine große Rolle. Etwas Spannendes gab es in den Chemieräumen zu sehen. Ja, wir bieten hier zusammen mit einer siebten Klasse, mit der 7G, bieten wir eine Experimentierrunde, ein Stationenlernen für die Grundschüler an. Und zwar Rotkohlsaft ganz bunt. In verschiedenen Experimenten wurde den kleinen Gästen gezeigt, wie in der Chemie gearbeitet wird. Doch was bringt so ein Versuch? Also nur das Experimentieren alleine, das wäre dann reine Spielerei. Das bringt auch noch nichts. Und zusammen mit den Theorien, die dann dahinterstecken, die man dann daraus entwickeln kann, und die Schlüsse, die man daraus sehen kann, das macht dann die Chemie zur Naturwissenschaft. Vermeintlich Gefährliches zeigt der Echse in den Physikräumen. Aber nicht nur die angehenden Schüler sind am Experimentieren, auch die Eltern dürfen mal reinschauen. Wer dann noch etwas Abwechslung wollte, der konnte seinen eigenen Lebkuchen gestalten. Insgesamt war es ein erfolgreicher Tag. Zahlreiche Gäste nutzten die vielseitigen Möglichkeiten, sich zu informieren und einfach einen schönen Tag zu erleben. Das berichtet auch Herr Hüls. So viele wie heute waren noch nie da. Und das ist vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass unser Konzept stimmt und dass das, was wir eben als Schule, so als Ideal haben, auch ankommt bei den Leuten, und sich das rumspricht, dass wir eben kreativ sind, viel vermitteln können, sehr engagiert sind. Nach einem gelungenen Tag stürzt sich jetzt das Kollegium, sowie die Schülerschaft zurück in ihren Schulalltag. Und das ist vielleicht auch ein Tier.